Begleite die Grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenlieblingen. Die Grüne Pfanne ist heute in St. Leon Roth. Hi, ich bin Melinda Röbert, komme aus Goal, Sri Lanka und wohne jetzt in St. Leon Roth mit meiner Familie und betreibe ein sri-lankisches Urteil. Ich bin die Yvonne, seit 14 Jahren mit Melinda verheiratet, komme aus Karlsruhe ursprünglich hier im Badischen. Und wir haben mittlerweile drei Kinder, dabei soll es dann auch bleiben. Drei tolle Kinder, zwei Mädchen und unseren kleinen Jungen, genau. Unser Lieblingsgericht ist Reisen-Curry. Das war nicht sehr synchron. Bei uns wird auch so wie ein kleines Menü gemacht, von Vor-Spice bis zum Nach-Spice. Man isst in Sri Lanka üblicherweise warm, eigentlich dreimal täglich isst man warm und es ist immer Curry dabei. Und es wird immer frisch gekocht. Das übliche in Sri Lanka ist eigentlich, dass man zwei bis drei Curries auf einmal hat. Verschiedene Gemüse-Curries oder Mahlen-Fisch-Curry. Und dann kommt noch das Thema der ayurvedischen Küche, die ja auch in Sri Lanka sehr stark ist. Die besagt ja auch, es sollen alle Geschmacksrichtungen angesprochen werden. Und das hat man ja häufig auch durch diese verschiedenen Komponenten. Also man hat was Süßes dabei, man hat was Scharfes, was Saures, was Herbes. Und das machen die Gewürze und auch die verschiedenen Arten an Essenskomponenten, die dann auf einem Teller sind. Und die man alle mischt und dann hat man alles angesprochen. Wir haben uns in Sri Lanka kennengelernt. Ich war mit einer Freundin einfach im Urlaub und am letzten Tag haben wir uns getroffen. Und ja, war sehr spontan und wir hatten eigentlich auch nicht gedacht, dass wir Kontakt halten. Das war jetzt auch nicht die Absicht, sondern wir haben Telefonnummern ausgetauscht. Und ja, dann hat es eben angefangen, einen Tag später schon. Und dann konnten wir eigentlich den Kontakt auch schon nicht mehr abbrechen. Und ja, Melinda kam dann eben das Jahr drauf, als wir uns kennengelernt haben, schon nach Deutschland. Weil die Reisen nach Sri Lanka waren ja doch recht aufwendig für mich. Und dann war klar, irgendwie müssen wir was ändern. Und uns war aber auch klar, dass wir miteinander weiterleben wollen. Und ja, dann haben wir schnell geheiratet und haben dieses Leben begonnen. Und was auch wichtig ist, ist ja halt, ja, mit Reisenkarries, du hast auch etwas Produkt zu Menschen gebracht, dass du überhaupt alles Natur genutzt hast. Du brauchst keine Geschmackversteigerung. Die Natur hat das alles zu dir gegeben. Und das hat mit Reisenkarries zu tun. Kokia bedeutet halt der Koch. Da haben wir lange drüber nachgedacht, wie soll das Design sein. Wir wollten uns abheben. Weil was ja auch mit dem Essen tun, eben nicht das Mainstream-Essen anbieten, sondern ja, eben das von uns, von Ihnen. Und dann war das Design halt wichtig. Und angefangen mit dem Original-Trag, also dass wir halt kein Modern haben wollten, sondern eben unbedingt einen Alten. Und das war aber dann halt das Alte auf Neu-Modern machen. Ja, und die Farbe, ja, wie gesagt, wir haben viele Farben uns überlegt, hatten das dann in Photoshop immer farblich anders angelegt. Und irgendwann haben wir eine Probelackierung gemacht und wir sind zum Lackierer gegangen und haben gleichzeitig gesagt, die nehmen wir. Als wir uns dann kennengelernt haben oder es war klar, Melinda kommt nach Deutschland, habe ich mich natürlich auch mit der Küche beschäftigt, weil ich wusste, okay, der Singalese oder der Sri Lankaner braucht sein Reis und Curry. Und ich habe mich dann, bevor er nach Deutschland kam, auch ein bisschen geübt, wusste ja seine Mutter und seine Schwestern kochen sehr gut. Und ich liebe das Essen auch, es ist sehr bekömmlich. Na gut, als er dann nach Deutschland kam und hat die Küche sozusagen übernommen, angefangen hier zu experimentieren und seine Gerichte entwickelt, eben auch mit den deutschen Gemüsen, wie jetzt hier in der Spargelregion, halt auch einen Spargel-Curry zu machen, was man so in Sri Lanka nicht kennt, weil der Spargel halt nicht in Sri Lanka wächst, aber ein Curry kann aus allem gekocht werden. Eine Heimat ist, wo deine Familie, wo deine Liebe, dein Umfeld, dass es so für dich schön ist. Das kann auch in Deutschland sein, das kann auch in Sri Lanka sein, egal in der Ecke. Wo du wohlfühlst, wo du gut gehst und dafür, dass du auch arbeitest, das ist deine Heimat. Sri Lanka hat eben durch die Kolonialzeit viele Einflüsse aus dem europäischen Ausland gehabt. Und da sind auch viele Gerichte schon zur damaligen Zeit entstanden, was man an dem Vatalappam, was man da sieht, oder Pfannkuchen gibt es in Sri Lanka auch, was auch durch die Kolonialzeit ins Land gebracht wurde. Und so ist es halt schon eine flexible Küche, die für die Europäer gut bekömmlich ist und viel Freiraum lässt. Also das, was mich am meisten bei Melinda beeindruckt hat, war seine Lebensfreude. Seine Leichtigkeit, die er einfach immer hat und die hat er bis heute nicht verloren. Und hier in Deutschland ist so eine Schwere oft dabei. Also wir nehmen alles so ernst und wir planen immer alles, was ich weiterhin tue. Aber Melinda bringt eine Leichtigkeit in mein Leben, die ich so nicht missen möchte. Und das schätze ich bis heute sehr an ihm. Sie bringt auch Freude in mein Leben und ich habe alles, was ich habe von ihr. Und deswegen bin ich auch dankbar. Ich bin dankbar, dass ihr überhaupt getroffen habt. Essen bedeutet ja halt ja wichtig. Ich meine, das ist nicht nur Reisen. Essen ist das wichtigste Nahrungsmittel. Ja, aber auch die Familie zusammen sein. Wenn wir in Sri Lanka sind und wir sind bei der Mutter, bei den Schwestern, es wird halt immer gekocht und es wird immer gemeinsam gegessen. Und das wird eben gerade die Familie von... Essen verbindet Menschen so halt, weil das mit Zusammenkeit hat. Tja, unsere Träume und Wünsche für die Zukunft ist eigentlich, uns das so zu erhalten, wie es ist. Also wir wollen nicht groß und reich und bekannt werden, sondern wir wollen es weiterhin so umsetzen wie jetzt. Also so, dass wir einfach noch viel Gefühl mit reinbringen können, dass wir das umsetzen, was uns Spaß macht, was uns viel wert ist. Und wir trotzdem aber auch Zeit für uns haben, für die Familie. Zusammen reisen können, zusammen den Abend ausklingen lassen, ohne dass man permanent an die Arbeit denken muss. Wir haben keine Ängste, wir haben uns, weil was kann man verlieren, wenn man jemanden hat, der einem viel wert ist. Dann hat man eine Sicherheit und ist mutig und traut sich einfach was für mich. Deine Anfrage fand ich einfach interessant, sehr nett und wir mögen auch spontane Sachen und wir sind auch sehr flexibel und spontan und finden es auch tolle, neue Leute kennenzulernen. Und du hast die Anfrage gestellt und ich meine, wir leben momentan dieses Leben mit diesem Futterack und dieser Art zu kochen. Und wenn da jemand Interesse daran hat, dann teilen wir das auch sehr gerne und deswegen, es war sehr interessant, es war sehr vielseitig. Wir sind dankbar, dass du uns gefragt hast. Es ist total interessant, was du alles mitgebracht hast an Geschichten und sich auszutauschen, das bringt viel Mehrwert. Jetzt haben wir neue Freunde. Ja, absolut. Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de Bleib würzig!